Ja, moin und hallo. Mit dem Hashtag alle mal eine Schicht machen reagiert Doc Caro, eine Ärztin in ihrem Blog auf die Aktion von 53 Schauspielerinnen und Schauspielern, die unter dem Hashtag alles dicht machen unterschiedliche Videos gedreht haben, um ja was eigentlich zu tun? Um der Corona-Situation gerecht zu werden, um ihre Kritik zu äußern, um dies satirisch zu tun oder um einfach nur zynisch zu sein? Auf jeden Fall haben sie eine große Debatte losgetreten und Hashtag alle mal eine Schicht machen ist eine Reaktion da drauf. Das ist eine Reaktion, die ich unterstütze. Und warum? Weil Doc Caro in ihrem Blog sehr deutlich macht, was aus ärztlicher Perspektive an Zynismus in diesen Filmen aufleuchtet. Und deswegen Erfahrungswerte sammeln, möglicherweise im Krankenhaus, möglicherweise auf Stationen, in einem Impfzentrum und so weiter, könnte helfen, so ihre Botschaft. Natürlich hat das Ganze auch noch eine andere Seite, denn die Frage ist auch, A, was sollte eigentlich damit ausgesagt werden? Es scheint, dass nicht jeder und jede sich darüber verständigt hat. Und B, stellt sich natürlich die Frage, wie reden wir eigentlich in diesem Land miteinander, wenn wir denn noch miteinander reden? Das heißt, was auch zur Disposition steht, ist die Debattenkultur. Doch auch hier gilt, Erfahrungswerte sammeln, miteinander im Gespräch sein, aber doch nicht so, in dieser zynischen Weise, ist das denn wirklich Kunst, in dieser zynischen Weise übereinander reden. Also, Hashtag, alle mal eine Schicht machen und dann runterkommen und miteinander sprechen. So sollte es doch gehen, denn die Fragen, die wir haben, sind doch zahlreich. Wir haben zu reden über Impfgerechtigkeit, wir haben zu reden über Umgang mit dem Tod, wir haben darüber zu reden, wie wir miteinander reden und wir haben darüber zu reden, wie wir tatsächlich miteinander leben wollen. Hashtag, alle mal eine Schicht machen, auch im Leben.